Herzlich Willkommen zu diesem zweiten Video zu Quizlet, nämlich von insgesamt zehn Videos und diesem geht es jetzt darum, wie bekommt man Quizlet auf das eigene Gerät und was kann es kosten. Eine erste Möglichkeit natürlich auf Quizlet zuzugreifen ist hier dieses Webinterface. Man geht zu Quizlet.com, registriert sich hier kostenlos, kann sich dann einloggen und kann dann auf 164 Millionen, 87.000 Lernsets und es werden immer mehr, wie hier steht, zugreifen. Wenn man sich dann mal eingeloggt hat, dann könnte das so ausschauen wie hier, wie ich hier habe. Ich habe mich schon eingeloggt, ich habe hier auch schon eine Lerbe kommt, ich verwende es also auch mit Schülerinnen und Schülern und man kann dann hier auf diese Quizze zugreifen, indem man hier auf Suchen geht zum Beispiel und gibt dann hier dann etwas ein. Nehmen wir mal was ganz spannendes Philosophie. Ich drücke drauf auf Enter nämlich und er zeigt mir dann hier ziemlich viele Sachen an. Hier runter gehe manche eigenen vielleicht aber auch noch. Also unglaublich viele Dinge sieht man dann hier auf 20 Seiten hier zum Beispiel verteilt. Bei anderen Fächern natürlich dann umso mehr. Wenn ich hier wieder zurückgehe, komme ich wieder zu meinen eigenen bei mir gespeicherten. Hier ist der Verlauf, was ich alles schon gemacht habe. Wenn ich hineingehe, habe ich hier so ein Lernset. Wie man damit gerne lernt, werde ich dann in den nächsten Videos zeigen. Es geht jetzt darum, wie bekomme ich es auf mein Gerät. Andere Möglichkeit ist es dann auf zum Beispiel Handy-Tablet zu bekommen. Wenn man ein iOS-Gerät hat, geht man hier zu iTunes, sucht hier dann in dem Fall nach Quizlet und kann sich hier dann die App herunterladen, die aktuelle. Je nachdem wann du es dir anschaust, wird es ihm dann eine neuere Version schon geben. Wenn man ein Android-Gerät hat, wie ich hier habe, geht man zu Google Play, meldet sich natürlich dementsprechend an, sucht hier nach Quizlet und kann sich das dann auf seinen Geräten speichern. Quizlet läuft sowohl auf Tablets als auch auf Handys. Beides habe ich schon ausprobiert. Jetzt selber oder auch mit Schülerinnen und Schülern. Funktioniert sehr gut, ohne Probleme und ist eine wirklich geniale Sache. Ja, hier nur erste Schritte in der Android-Quizlet-App. Wenn du sie installiert hast, dann hast du dich in der Regel auch schon mit einem Google-Konto verbunden. Und dann schaut das so aus, bei mir zumindest, ich habe schon einige Dinge mit Quizlet gemacht, dass du als erstes wahrscheinlich dir ein Quiz suchen wirst. Dafür gehst du hier oben auf die Lupe und gibst zum Beispiel ein Europa-Hauptstädte. In dem Fall nehme ich eins von mir selber. Wir lernen. Und dadurch sucht ihr jetzt alle. Ich habe hier einige dieser Lernsätze. Das sind ja mittlerweile Millionen. Hier oben habe ich dann mein eigenes. Ich habe dann hier eine Auswahl von Begriffen, die in diesem Lernseite drinnen sind. Auf der linken Seite habe ich immer den Begriff. Auf der rechten Seite die Definition. In dem Fall hier. Auf der linken Seite die Staaten. Und auf der rechten Seite deren Hauptstädte. Und mit denen kann ich eben dann was lernen. Oder wenn ich selber stelle, kann ich dieses Quiz auch dann verändern. Lernen kann ich dann hier oben, wenn ich auf Karten klicke, zum Beispiel lernen, zuorten oder testen. Gibt es in verschiedenen Möglichkeiten dann damit zu arbeiten. Wie das genau funktioniert, das zeige ich dir dann in einem der nächsten Videos. Weitere Informationen für Schüler erhält man vor allem auch hier unter Quizlet.com Schrägstrich Students. Da kriegen Schüler dann noch extra Informationen. Vor allem ist der Hinweis wahrscheinlich wichtig, wenn man ein Quiz spielen möchte, durchprobieren möchte, muss man sich nicht registrieren. Also rein fürs Üben. Wenn man sich dann aber kostenlos registriert, dann kann man dann auch den eigenen Lernfortschritt speichern. Man kriegt dann also mit, was man gekonnt hat, was man nicht gekonnt hat. Wenn man dann wieder dieses Quiz anfängt, fängt man praktisch nicht bei Null an, sondern es hat sich dann die Lernplattform gemerkt, wo hattest du noch Schwierigkeiten, welche Vokabeln sollte man zum Beispiel dann häufiger wiederholen, welche Begriffe hast du noch nicht gekannt. Also ich würde da empfehle dich kostenlos zu registrieren. Für Lehrerinnen und Lehrer gibt es hier dann Quizlet.com Schrägstrich Teachers. Da gibt es dann wirklich weitere Zusatzinfos. Vorweg mal die wichtigsten Infos. Man kann sich hier ebenfalls kostenlos registrieren. Wenn man sich hier bei der Registrierung angibt, dass man Lehrer, so hat man dann noch mehr Möglichkeiten. Man kann hier zum Beispiel auch eigene Lernsets erstellen und man kann dann auch letztlich auch diese dann in Kursen sammeln. Die Anzahl dieser Kurse, in denen man dann die eigenen Quizze speichern kann, ist aber beschränkt. Was kostet jetzt Quizlet? Die Basisversion ist kostenlos. Es gibt also eine kostenlose Registrierung unter Quizlet.com. Man braucht eigentlich letztlich nicht mehr. Wenn man Quizlet Plus als Schüler verwenden möchte, entstehen dann je nach Angebot unterschiedliche Kosten von 10 Euro im Jahr, 20 Euro, je nachdem, was gerade aktuell ist. Was bringt das? In der Regel muss man es nicht unbedingt machen. Als Schüler würde ich jetzt einmal sagen, man könnte dann eigene Bilder verwenden, wenn man selber dann Quizze erstellen möchte, für sich selber, also selber Vokabeln zum Beispiel eingeben möchte. Und man hat den Vorteil, dass man dann eben keine Werbung eingeblendet bekommt. Dieses Teacher Plus würde dann bedeuten, dass man dann auch, wenn die Schüler dann sich dem Lehrer zuordnen lassen, dass man deren Leistungsfortschritte beobachten kann, dass man mehr Kurse, beliebig viele Kurse dann verwenden kann. Also jedem Kurs kann man dann mehrere Quizze zum Beispiel zuordnen. Man sagt dann die Klasse so und so ist dann mein Kurs und denen kann ich dann immer wieder Quizze zuordnen. Das kann man dann beliebig machen. Man kann dann auch Ordner erstellen, um dann die eigenen Lernsätze auch dann leichter zu finden. Also man könnte dann für bestimmte Grammatikteile eigenen Ordner machen oder wenn jemand Geografie unterrichtet, dann für Länderkunde zum Beispiel. Und man kann auch dann die Stimme aufzeichnen, nämlich die eigene Stimme und könnte dann selber dann bestimmte Aufträge dann vorgeben, Diktat machen oder Vokabeln oder was auch immer. Und wiederum der Vorteil, dass das Ganze dann ohne Werbung funktioniert. Ja, soweit jetzt das Ganze zu Quizlet, wie kommt es auf mein Gerät, über diese entsprechenden Stores, die es da gibt. Über den PC muss man sich praktisch nur registrieren, kann es dann im Web spielen. Was kostet es, darauf habe ich mich auch schon bezogen, wo man sich das genau anschauen kann. Im nächsten Video geht es dann darum, wie man dann wirklich auf diese Millionen Lernkarten dann zugreifen kann im Web und dann auch über die App. Danke, bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal.